Auf dem Gelände des ZOPS wird nach dem Gebäudeabriss keine Skateranlage entstehen. Aufgrund von Gesundheitsgefahren lehnten Gutachter eine derartige Anlage an der Kreuzung des ZOPS ab. Das Gebäude soll im Mai abgerissen werden. Danach möchte die Stadt die Fläche zunächst provisorisch nutzen. Stadtplanerin Ute Held möchte, dass der ZOPS Thema in den politischen Gremien wird. Sie sieht noch viele Möglichkeiten für eine effektive Nutzung der rund 1000 Quadratmeter großen Fläche. Bis eine Entscheidung für eine langfristige Nutzung getroffen wird, soll die Fläche aber zunächst so günstig wie möglich hergerichtet und nutzbar gemacht werden. Eine Skateranlage wird es jedoch an dieser Stelle nicht geben. Die Gutachter kamen zu dem Schluss, dass für eine derartige Nutzung eine 3,20 Meter hohe Lärmschutzwand errichtet werden müsste. Des Weiteren wiesen die Experten darauf hin, dass für Kinder und Jugendliche an der Kreuzung eine gesundheitliche Belastung bestehe. Es wird weiterhin verfolgt, nahe dem Sozialkaufhaus in der Südstadt eine Anlage für Jugendliche zu errichten. Was die Gestaltung der großen Insel im Verkehrsgetümmel angeht, so gibt es bisher nur Entwürfe. Fest eingeplant seien allerdings die Anlage einer bepflanzten Böschung und barrierefreie Übergänge. Das ist sehr gängig.